Ach, wir können uns jetzt bestimmt entscheiden, welchen Weg wir einschlagen oder wie. Alter, was soll das? Das finde ich jetzt, äh, nicht gerecht. Soll ich jetzt nochmal speichern? Okay, dann speichere ich nochmal. Ach, leckt mich doch hier denn einfach durch die Tür. Könnt mich mal. Allesamt. Was ist denn das? Sicherheitsschiff, Docking Bay, okay. Wow. Wow. Hey, Isaac, was soll das? Isaac, was machen Sie da? Ja, machen Sie sofort die Tür auf. Nun, statt so zuerst bei mir. Nein. Nein, nein, warten Sie es nicht. Warten Sie es nicht, diese Schiff zu starten. Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Was? Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann mich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Okay. Bist du jetzt bereit zu reden? Och, komm schon. Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. So, und jetzt ist er bestimmt wieder weg. Ja, sag ich doch. Wow. Okay. Okay. Ich weiß nicht, welche Vorsehungsniveau er war. Aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitslaufen. Sie werden einen Gang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Alter, ich habe schon 200 Viecher auf einmal gekillt. Da kriege ich dich auch tot. Und deine 200 Sicherheitsleute. So, jetzt brauchen wir hier erstmal... Jetzt verkaufen wir erstmal. Sagen wir mal so. Ei. Ei. Wow, 25.000. Alter Schwede. Es kommt uns ganz gelegen, dass wir den Shop finden und diese ganzen Sachen verkaufen konnten. Damit wir hier mal wieder Munition bekommen. Das ist ordentlich. So, und jetzt nochmal hier schön drei Medik-Packs und dann mal drauf los. Ah, speichern wollten wir genau. Das ist jetzt gerade, glaube ich, das... Erstmal das Beste, was wir machen können. Irrfgaff. War das nicht diese Organisation da? Diese... Ach, keine Ahnung. Egal, irgendwas Böses ist das sowieso. Mensch, Aufzüge. Die haben wir lange nicht mehr gesehen. Leck mich. Moment, wo gehen die hin? Ach, die kommt zurück. Oder der kommt zurück. Oh, oh. Ach, nö. Oh, nein. Oh, nein. Ah. Scheiße. Ja, da hätte man nicht rauskommen können. Oh, oh. Shit, Mann. So, das war dann schon mal der erste, um den müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wir kennen die am besten aus der Entfernung. Ich glaube, das ist... Das Beste, was wir so machen können. Wenn wir die nur... Ah, eine Nasejog finden. Da ist noch einer. Oh. Bitte lass es nicht mehr werden. Da hinten kommt schon wieder so ein Explodier-Macker. Muss das Ding zum Explodieren bringen. So. So, da kommen die Babys. Oh, scheiße. Nein. Ich weiß nicht, was du da laberst, aber das klingt nicht gut. Nicht wohlbesonnen. Puh. Och, nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Schnell hacken, bevor die ankommen. Da ist einer. Da ist einer. Und da. Oh. So, schnell hin. Da, da kommen nämlich die nächsten Schuhe. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Gott. Also, die Spannung steigt, das muss man ja sagen. Vor allem die Story auch. Ich meine, guckt euch das mal an hier, was das hier für ein Gebilde ist. Und ein Porno? Nee, schade doch nicht. Nein. Ah. Shit. Okay. Was sollen wir machen? Oh, wow. Ähm. Scheiße. Was ist das? Ähm. Okay. Moment, wir versuchen es jetzt mal. Ich ab, äh, ich lade nochmal nach. Hier lade ich auch nochmal nach. Da können wir gleich nämlich unsere schöne Bombe oder was das sein soll. Ich soll da hinten reinklatschen. So, Granatwerfer. Ah, nein. Kacke, das hat jetzt doch nichts. Ah, wir können hier durch. Ach, das muss man uns ja auch sagen, ne? Ah, ja, deine Mutter. Oh, ein Energieknoten. Anlagenzugang. Okay, ich glaube, die kommen wir gleich. Da müssen wir jetzt... Hier rein, genau. Können wir da irgendwie hingucken. Ja, da sieht man, dass die da zielen. Ich meine, was haben die eigentlich gegen uns? Was haben wir so Schlimmes gemacht, dass die uns so verfolgen? Ja, aber wir bleiben auch noch frei, Minion. Okay. Das heißt nichts Gutes. Steuerung der Sicherheitsoperationen. Oh, Munition. Wie oft man hier speichern kann, ey? Das ist ja enorm. Ach, genau. Das müssen wir abziehen. Nein. Oh, oh. Oh, shit. Oh, Gott. Oh. Wenn einer davon den Marker erreicht. Wir sind tot. Zurück zur Markerkammer. Wir müssen sie abriegeln. Oh, oh. Okay. Ja, ich glaube, die sind tot. Ja, man sollte sich nicht mit uns anlegen, ne? Ich meine... Sparen wir einfach nochmal. Ich meine, also... Die wissen doch sowieso, dass die sterben. Jetzt ist gefährlich hier. Ich wechsel mal eben den Modus, da. Ein Riegelungs-Deck. Oh, shit. Ah, kacke. Oh, nein. Oh, oh. Kawabanga, kawabanga. Nein. Hä, wieso haben wir jetzt wieder Full-HP? Na, okay, auch gut. Hm, scheiße. Hä, wieso haben wir jetzt mitgekriegt, dass wir da sind? Das ist ja ein wenig blutig hier, ne? Also... Oh, oh. Okay, der ist tot. Ach, das ist aber freundlich. Richtig hilfsbereit bist du mindieren. Richtig lieb. Was war denn das für eine Aufgabe, die sie uns da gegeben hat? Triff dich mit Ellie. Ja, das hatten wir ja. Geh hier zur Markerkammer. Nicole sagt, ich komme dem Marker näher. Sie sagt, ich weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, sie hat recht. Ja, hoffe ich auch mal, dass sie recht hat. Oh, dann ist auch noch was. Wäre ja schön, wenn wir den richtigen Weg einschlagen. Ach, überleicht. Oh. Naja. Ich bin Sicherheitspersonal, weißt du doch. Ah, Moment. Aha, das hatten wir damals. Ah. Ich sehe hier Sicherheitspersonal. Ja. Das hatten wir damals mit diesem... Vogelfetischisten. Ach du Scheiße. Was ist das? Audio-Log. Okay, da war grad was. Deswegen hat sich so gezuckt. Oh, oh. Oh ja, Medipack. Das ist immer gut zugebrochen. So, wo bist du, Bastard? Oh, oh, oh. Der hat gesessen. Echt krass, dass die durch diesen Stachel so kaputt gehen. Wir schießen da 10.000 mal drauf und dann knoppen wir denen da so einen Stachel ins Bein und dann... Na, egal. Ah. Scheiße, hier ist so ein Labor. Was ist das? Nein. Nein. Der will da einen neuen erschaffen. Wow, 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 wow. Moment. Wow, wow, wow. Ich wollte wechseln, aber es geht nicht. Ah, da ist er, da ist er. Ah, Gott. So, und du gehst auch nochmal bei drauf. So, jetzt kommen wir jetzt noch auf. Also, ich Vielen Dank.